Die Ärgsten unter uns sind tot oder verletzt. Die Maschinen drehen komplett durch. Nur die Göttin kann uns jetzt noch retten. Willkommen zu Horizon Zero Dawn Remastered. In der letzten Folge haben wir ja hier das Banditenlager gesäubert. Und jetzt ziehen wir weiter. Noch ein Moment. Ach, der Grund. Ganz schön heftig. Ganz schön heftig. So. Wer war das? Kampfgeräusche. Wurde das Kajafor angegriffen? Dieser Schuss ist für dich! Ein Verderber. Für den Salukönig! Was ist das? Nein, da ist noch genug. Nein, da ist noch genug. Gut. Heute leuchtet uns wahrhaft die Sonne. Die Sonne hatte wohl kaum was damit zu tun. Richtig. Ich komme zu weit vom Weg ab. Ich sollte wirklich umkehren. Gut. Wo ist er? Bin doch schon da. Öffnet ihr jetzt das Tor für mich? Dann mal los! Öffnet das Tor! Und informiert Hauptmann Balan! Wo willst du hin, Mädchen? Nach Westen! Nach Meridian! Öffnet das Tor! Der Weg der zerbrochenen Felsen ist mühsam selbst zu den besten Zeiten. Sprich am besten mit Hauptmann Balan. Er kam aus Meridian vor kurzem erst. Er ist in der Festung. Auf einem Balkon zur Linken in Richtung des Tals. Okay. Danke. Wir sollten eigentlich dir danken. Für das Erledigen dieser Maschinen. Geh im Licht, Nora! Danke! Wer hier das Kommando hat, weiß vielleicht, ob Nakoa hier war. Doppelschuss. Den möchte ich gern haben. Dann machen wir das. Und dann als nächstes das. Und das möchte ich auch gerne haben. Darkturm. Okay. Ja, dann schauen wir uns mal um. Da oben können wir uns schon was holen. Wo geht's hier hin? Die Welt außerhalb des Heiligen Lands. Ich muss Olin finden und alles erfahren, was er weiß. Wer die Mörder waren. Wie sie mich durch seinen Fokus sahen. Wer die Frau ist, die... Die aussieht wie ich. Warum sie mich töten wollen. Olins Spür für Meridian. Wenn ich ihn kriege, wird er reden. Und für die Leben bezahlen, die er vernichtet hat. Verwanderte Maschinenverlor. Er hat meinen Lohn einbehalten. Dann. Wieder einmal. Wir haben unseren Anteil an der Befreiung gehabt. Das Sonnenreich ist dadurch ein besserer Ort geworden. Jetzt müssen wir dafür sorgen, dass das auch so bleibt. Man hätte gern die einfachen Dinge selbst erscheinen. Kurz reinschauen kostet doch nichts. Stimmt. Und einfach deine Kiste plündern auch nichts. Da hinten kann man nicht einmal drücken. Schattenkarte haben Hauptmann erst einmal der Kluft aufgelauert. Wie konnten sie sie dorthin locken? Nichts als Ärger. Mehr gibt es nicht im Banuk-Land. Besseren Waren findest du nirgendwo. Sehr gut. Hier ist doch garantiert irgendwo ein Datenpunkt versteckt. Da oben haben wir noch was. Ich bin der Kiste des Alltags. Vergiss mal schon mal was. Sieh dich doch mal um. Ich mache dir einen guten Preis. Echte Werte. Unflachbar. Hochwertige Waren zu fairen Preisen. Manchmal muss ich kurz Zeit nehmen, um all die Sorgen und Nöte zu vergessen. So, mit wem sollen wir denn jetzt als erstes reden? Was haben wir hier noch? Da oben haben wir noch was. Wir haben einen Datenpunkt. Wusste ich es doch. Ein ganzer Roman. ist notiert Was ich in dem Spiel vermisse, ist eine Kiste, wo ich alles reintun kann, was wertvoll ist, was wir jetzt noch nicht brauchen. Auf der Suche nach besseren Teilen und mehr Scherben. Und du hast dort nichts gekriegt? Ha, nicht wenn die Banuk ständig über neue Maschinen und sprechende Geister jammern. Da kauft keiner was. Eine Handelsroute ohne Handel ist nur eine Route. Stimmt wohl. Handelsroute? Bleiben die Banuk nicht unter sich? Wir Oseram und die Banuk sind immerhin Nachbarn. Ein paar Gebirgspässe ändern das nicht. Ich habe ein paar Bekannte dort draußen, die sich immer noch durch das Eis graben, aber es läuft nicht gerade gut. Der ganze Aberglauben und die Maschinen machen es nicht besser. Glaube ich der. Es gibt neue Maschinen und Geister? Ehrlich gesagt weiß ich es nicht. Bei der Menge an Banuk-Beerdigung sollte man sich eher davon fernhalten. Das liegt mir nicht so. Ach, wenn du in mein Alter kommst, dann räumst du auch lieber im Sonnenreich hinter Jägern auf. Ist wärmer dort. Lohen. Was genau ist der Schnitt? Als die Karja im Krieg den Rand des Banuk-Landes verwüsteten, hinterließen sie den Schnitt. Also ein Schlachtfeld des Krieges. So wie das Tal vor dem Heiligen Land. Mhm. Ein Gebirgspass weit im Nordosten führt dich dorthin. Fremde können da hinein. Sehr zäh, so wie du. Erwarte bloß keine Begrüßung. Vor allem nicht jetzt. Okay. Neue Maschinen und Geister? Klingt spannend. Tja, die Antwort habe ich erwartet. Aber ich habe dich gewarnt. Es gibt einen Pfad durch die nordöstlichen Berge. Er liegt hinter dem Grabhort. Leicht zu finden. Okay. Auf der anderen Seite ist sowas wie eine Stadt. Vielleicht entscheidest du dich dort noch um. Vielleicht. Vielleicht nicht. Danke für die Information. Ich bin zu sehr mit Wischen beschäftigt. Da gehen wir aber erst hin, wenn wir im Level höher sind. Regen ist nur gut, um Feuer zu löschen und einem die Laune zu verderben. Weil ich glaube, unsere Fähigkeiten sind auch nicht so gut. Um jetzt schon das DLC zu spülen. So, jetzt reden wir mit ihm noch. Balan. Okay. Hauptmann Balan, ich möchte etwas fragen. Erstens nach einer Nora-Frau, die hier vielleicht durchgekommen ist. Und zweitens nach dem Weg nach Meridian. Was erwartet mich auf dem Weg? Tja, hier war auf jeden Fall eine Nora. Das vergesse ich nicht. Es gab einen Vorfall. Und was dich auf dem Weg erwartet. Nichts Gutes. Immer mehr Maschinen. Und unsere Späher berichten von Verderbnis. So viel zur Eindämmung. Bleib auf den Straßen, die sind sicher. Doch am Tor hast du gezeigt, dass du keine Angst hast. Eine gute Eigenschaft. Danke. Ich könnte sie brauchen, wenn du nochmal in den Osten gehst. Es ist dreist von mir, dich um einen weiteren Gefallen zu bitten. Doch ich biete dir Antworten dafür, wenn du was über das Sonnenreich wissen willst. Das ist ein guter Deal. Wir fangen jetzt mal hier an. Wir fangen jetzt mal hier an. Was soll ich tun, Hauptmann? Ich schickte Trupps nach Osten, als wir von verdorbenen Maschinen hörten. Sie bestätigten meine Befürchtungen. Ich verschloss die Tore. Aber anscheinend sind noch ein paar meiner Männer da draußen. Valid, berichte ihr. Maschinen griffen bei einem verlassenen Nora-Dorf an, Sir. Lag hier befahl den Rückzug. Und ich verlor die anderen. Hast du noch nie eine Nora gesehen, Soldat? Zeug etwas Respekt. Berichte ihr, nicht mir. Lag hier sagt, man muss immer Meldung machen. Und das wollte ich. Es war schrecklich für mich, sie zurückzulassen. Jetzt, wo die Tore wieder offen sind, kann sie jemand suchen geben. Ja, vielleicht machen wir das. Kannst du keine Soldaten zur Suche ausschicken? Was ist mit Valid hier? Die meisten Nora wollen keine Kaja-Soldaten sehen. Es gilt als Risiko, Truppen zu eurem heiligen Land zu schicken. Ich würde das gerne vermeiden. Aber du kannst ohne Probleme dahin. Bitte, Sakia. Was war das Soldat? Gar nichts, Sir. Ähm. Wir fragen erst mal noch die Sanora. Es gab einen Vorfall mit Nakoa. Die Nora? Ja, einen Vorfall. Versuchter Mord. Was? Der Perfekt Zaid kann dir mehr dazu sagen. Du findest ihn beim Hauptturm, die Treppe hoch. Warte. Zaid ist hier? Ist er. Hör mal. Ich weiß, was dein Volk über ihn sagt. Aber er schwört, dass es eine Verwechslung ist. Wenn ein Schatten in ihm ist, habe ich es nie bemerkt. Und die Geduld, die er mit dieser Nakoa hatte, war beeindruckend. Sprich mit ihm. Vielleicht weiß er, wo sie ist. Und bitte versuche, ihn nicht anzugreifen. Das kann ich nicht versprechen. Rück mal nach Olin. Ist ein Oseram namens Olin hier gewesen? Zweimal. Als Teil der königlichen Delegation zu den Nora. Sie kamen auf dem Hin- und Rückweg hierdurch. Sie berichteten von einem schweren Angriff auf dein Volk. Mein Beileid natürlich. Danke. Weißt du, wo Olin jetzt sein könnte? Nicht genau. Aber er war auf dem Weg nach Meridian, da bin ich sicher. Alle gehen nach Meridian. Das machen wir mal gleich. Kannst du mir noch irgendetwas über den Weg nach Meridian sagen? Sonnenkönig Avard hat sehr viel dafür getan, um ihn sicherer zu machen. Aber die Sonne weiß, er ist im Frieden schwieriger zu kontrollieren als in Kriegszeiten. Die Maschinen werden immer gefährlicher. Danach dazu Banditen und diese neue Verderbnis. Wir können gerade eben die Außenposten schützen. Und ansonsten gilt, tja, reißen auf eigene Gefahr. Ja, klingt nicht gottsicher. Ich würde sagen, das Frockmaul ist, wenn man die Männer finden kann. Ich werde versuchen, deine Männer zu finden. Ich wäre dankbar. Aber nicht so dankbar wie Valid. Hörst du, Trottel? Du bist vom Haken. Wenn die Arbeit erledigt ist, kann ich mich aus... 500 Meter in fremden Landen. Okay, wo müssen wir hin? Hat er mal ein Händler? Moin. Ein Seilwerfer. Sehr interessant. Ein Rassel. X-Bogen. Der ist auf jeden Fall sehr interessant. Der ist auf jeden Fall sehr interessant. Schattenjäger-Bogen. Nice. Ne, noch nicht ausrüsten. Schafschuss-Bogen. Oh, da müssen wir ganz schön Geld sammeln. Den möchte ich auf jeden Fall haben. Und die Stolperfalle will ich. Na, die können wir schon mal ausrüsten. Dann haben wir aber kein Geld mehr für Pfeile. Moment. Ach ne, wir hatten ja erst verkauft. Halt. Die kann auf jeden Fall weg. Halt mal. Handhabung. Okay. Das wird niemals reichen. Na dann. Wollen wir mal. Da reden wir erst noch mit dem da oben. Ja, warum nicht? Wenn wir einmal da sind. Ja, komm. Ihr seid Said. Und du eine Nora. Deinem Tonfall nach hast du schon von mir gehört. Ich kann dich beruhigen. In deinem Stamm kursieren ja wohl wilde Gerüchte über mich. Aber die Nora verwechseln mich mit jemandem. Ich weiß nicht, wo der Fehler liegt. Aber der Nebel des Krieges stiftet oft Verwirrung. Leider wollen einige diesen Fehler nicht einsehen. So war es auch bei der letzten Nora, die hier vorbeikam. Die letzte Nora, die hier vorbeikam? Ihr meint Nakoa? Heißt sie so? Na ja, es war eine unglückliche Situation. Sie griff mich am helllichten Törkern. Hätte einer meiner Männer sie nicht bemerkt, wäre es übel für mich ausgegangen. Aber wir konnten sie rechtzeitig überwältigen. Was habt ihr mit ihr gemacht? Gehen lassen natürlich. Sie dachte offensichtlich, ich sei für unsägliche Dinge verantwortlich. In gewissem Sinne war ihre Tat also gerechtfertigt. Ich erklärte ihr ihren Irrtum und schickte sie dann weiter. Leider hat sie mir offenbar nicht geglaubt. Ich weiß auch nicht, ob ich da glauben kann. Wo ist Nakoa jetzt? Das weiß ich nicht genau. Als sie ging, tobte sie. Sie würde mich irgendwie zu Fall bringen. Allerdings hat die Garnison vom einsamen Fest berichtet, eine junge Frau sei von Banditen entführt worden. Vielleicht war sie's. Okay. Ne, das... Doch, komm. Ihr bestreitet eure Beteiligung an den roten Raubzügen? Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich war an diesen Operationen beteiligt. Allerdings nur ganz am Rande. Aber all dieser Unsinn über Folter und Mord, das war ich nicht. Die verwechseln mich mit einem anderen Hauptmann. Einige Kameraden haben zweifellos Schlimmes getan. Doch Sonnenkönig Awad bemüht sich, solche Brutalität zu beenden. Okay. Sie waren ausgesprochen hilfsbereit, Präfekt Said. Keine Ursache. Der Sonnenkönig möchte sich mit deinem Volk versöhnen. Und ich bin sein demütiger Diener. Ich werde dem am einsamen Fels auf den Grund gehen. Verlasst euch drauf. Ja, tu das. Und falls es unseren Männern an Hilfsbereitschaft mangelt, bitte, lass es mich wissen. Irgendwie glaube ich ihm nicht so richtig, dass er unschuldig ist. Aber das... Nicht nach Ihren Erzählungen, aber... Diese Garnison ist meine einzige Spur. Ja. Mr. Aloy traut ihm auch nicht. Finde ich nicht der Einzige. Jetzt gucken wir erstmal, wo die Soldaten geblieben sind. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal.